Ahoi ihr Lieben, keine Frage, der Tourismus gehört bisher zu den Hauptverlierern der Corona-Krise und die Kreuzfahrt ganz besonders. Zum jetzigen Zeitpunkt kann realistischerweise eigentlich niemand genau sagen, wann es wieder Kreuzfahrten geben wird. Viele, auch von euch, haben jetzt natürlich andere Sorgen, teilweise als nun ausgerechnet die nächste Kreuzfahrt zu planen. Aber dennoch ist es ganz spannend im Moment mal zu schauen, was passiert jetzt eigentlich mit dieser Branche, die so in Mitleidenschaft gezogen wurde, bis die Schiffe wieder fahren. Und ja, ich dachte mir, ich gucke mir das jetzt nicht alleine an, sondern mit meinem Kollegen aus München, Franz Neumeyer. Hallo Franz. Hallo Matthias. Schöne Grüße in Hamburg. Von cruistrix.de und vom cruistrix-Kreuzfahrt-Podcast. Und Franz, ja, wir waren noch vor ungefähr dreieinhalb Wochen zusammen unterwegs mit der Hanseatik Nature in Chile, in den Fjorden. Und da muss man sagen, gefühlt war die Welt da noch eine ganz andere, vor dreieinhalb Wochen. Ja, da war in Deutschland war schon so, ja, man ahnte das, was kommt, aber es war noch nicht wirklich ernsthaft. Da waren so ein paar Fälle in München, die gut eingegrenzt waren bei der einen Automobilzulieferfirma. Und in Chile, wo wir hingeflogen sind, da gab es Corona überhaupt noch nicht. Da gab es ganz Südamerika noch, glaube ich, eine Infektion in Brasilien und sonst nichts. Das heißt, wir sind da so eine heile Welt geflogen, haben, ja, eine wunderschöne Reise durch die chilenischen Fjorde gemacht. Und am Rückweg sind wir dann, glaube ich, zwei Tage, bevor dort alle Flughäfen geschlossen haben, wieder rausgekommen, so im letzten Moment. Und das hat sich für mich, hat sich das so diese Ankunft, wir sind über Madrid ja geflogen, in Madrid und dann nach München, hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde man plötzlich in ein Krisengebiet zurückkehren. Das war ein komisches Gefühl. Und so aus heutiger Sicht fühlt sich das schon fast surreal an, dass wir vor zwei Wochen noch in Chile waren. Absolut. Wir haben wirklich Glück gehabt. Wir sind ja ausgestiegen während einer laufenden Reise. Und die laufende Reise ist dann tatsächlich auch abgebrochen worden, weil man nicht mehr überall dann einreisen konnte. Ja, und dann diese Rückkunft nach Hause, das war dann wirklich erst mal so, dass ich dann erst mal Schritt für Schritt realisiert habe, was dann da eigentlich gerade passiert ist. Und ich habe heute einen Spruch gelesen, so nach dem Motto, naja, den Kauf meines Terminkalenders für 2020 hätte ich mir sparen können. Muss man sagen, mir geht es zumindest so, also ich wäre jetzt die Woche auf einem neuen Flussschiff gewesen zum Beispiel. Ja, ich glaube, du wärst gewesen Celebrity Apex diese Woche, ne? Ich habe es gar nicht mehr genau im Überblick. Es waren jetzt im Moment sind es, glaube ich, vier Reisen, die innerhalb von vier oder fünf Wochen, ja, nicht nach und nach mehr oder weniger gleichzeitig weggebrochen sind. Ja, Celebrity Apex wäre eine von denen gewesen. Selbst wenn das Reisen jetzt noch möglich wäre, die haben ja auch ganz ordentlich Corona gerade an Bord, da könnte man auch gar nicht hin. Wäre jetzt im Moment aber, glaube ich, auch ganz seltsam, ein neues Schiff anzuschauen und darüber zu berichten, wenn die Kreuzfahrt nahezu still steht. Ist das was, was du dir auch schon mal überlegt hast, so nach dem Motto, Mensch, wenn die Kreuzfahrtbranche, wenn da jetzt gerade so gar nichts passiert oder wenig passiert, was wird denn eigentlich aus mir? Ja, so weit bin ich noch nicht in den Gedanken. Also ich bin ja, wir sind ja zurückgekommen an den Mittwoch, wo dann am Freitag quasi sämtliche Rädereien angefangen haben, Kreuzfahrten für die ersten vier Wochen oder so abzusagen. Und ich bin eigentlich kaum, dass ich zu Hause war, für Jetlag hatte ich gar keine Zeit, saß ich am Rechner und aktualisiere seitdem News die Tabelle der Schiffe, die noch unterwegs sind und die wo, wie, welche Probleme oder größere Probleme haben. Ich recherchiere gerade eine aktuelle Geschichte nach der anderen, um einfach so ein bisschen den Überblick zu geben, was passiert eigentlich überall. Also ich war noch selten so intensiv beschäftigt und quasi 15 Stunden am Tag vorm Rechner wie jetzt. Ich glaube, das kommt vielleicht so nächste, übernächste Woche irgendwann, dass sich das beruhigt und ich dann hinten runterfalle und sage, okay, und was jetzt eigentlich für die nächsten, ja, wahrscheinlich Monate? Denn das ist ja doch dann ein etwas anderes Leben. Also ich bin ja meistens so um die 70 Tage im Jahr irgendwie unterwegs gewesen. Bei dir ist es, weiß ich nicht, in der Regel glaube ich sogar über 100 Tage, die du unterwegs bist. Noch mehr, ich bin so unter 100, ja. Ja, ist natürlich plötzlich was anderes, wenn man dann so plötzlich denkt so, ja, also man geht auf Reisen, berichtet darüber, macht entweder Videos, schreibt darüber, macht Podcasts und dann, ja, plötzlich so die Frage, ja, wenn das jetzt erstmal gar nicht geht. Und das ist natürlich im Moment so die entscheidende Frage, dass man sich natürlich fragt so, ja, wann wird es wieder so sein? Aber ich denke, es ist im Moment wirklich Kaffeesatzleserei oder Glaskugelsatzleserei. Man kann es im Moment, denke ich, weder seriös abschätzen noch vorhersagen. Ich denke mal, es wird weder kurz noch mittelfristig sein. Das kann man, glaube ich, sagen. Das kommt natürlich auch auf deine Definition von kurz und mittelfristig an. Ja, also ich glaube auch, dass es sicher bis in den Sommer hineingehen wird. Ob noch deutlich darüber hinaus, da hoffe ich einfach mal, dass es nicht so sein wird. Allein schon, weil ich selber eine sehr schöne Reise im September privat geplant habe, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber klar, wenn es nicht geht, geht es dann nicht. Wäre einfach sehr schade drum. Es ist halt auch die Frage, wie die ganze Industrie damit zurechtkommt, wenn wir jetzt nicht bei, ja, schauen wir mal nach China. Auch aus China habe ich vor zwei, drei Tagen die Meldung gelesen, dass die Kreuzfahrtindustrie dort möglicherweise in einigen Wochen wieder langsam anfangen kann. Das wäre dann so ein Stillstand von drei, dreieinhalb Monaten gewesen oder vier. Wenn wir das jetzt von unserer Zeit ausnehmen, wir haben Mitte März angefangen, April, Mai, Juni, Juli. Dann wären wir irgendwann Mitte Juli, Anfang August. Wenn das so derselbe Rhythmus wäre, wenn man das irgendwie sinnvoll vergleichen kann mit China natürlich, wäre jetzt so eine Perspektive, die nicht allzu dramatisch wäre. Das ist so, im Moment habe ich da so ein bisschen meine Hoffnung rein. Ja, man wird es sehen am Ende. Wir müssen einfach abwarten, ob es dann so kommt oder nicht. Das finde ich ein bisschen blöd zu planen, weil man eben, aber das geht natürlich vielen anderen ganz genauso. Aber wir da so in unserer Kreuzfahrtblase haben dann da natürlich so unsere eigenen Schwierigkeiten, unsere eigenen Probleme. Wenn wir mal so ein bisschen gucken, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist, wenn man vielleicht auch mal guckt, gibt es denn auch mal gute Nachrichten, was so in der Kreuzfahrtbranche passiert ist. Es hat gegeben eine, ich nenne es mal Rettungsaktion der Athania von Phoenix Reisen. Es ist ja so, diese Athania ist auf Weltreise mit über 300 Gästen und es waren dann auf einem Abschnitt dieser Weltreise ab Sydney noch einmal Passagiere zugestiegen und nun geht man davon aus, okay, dass dort ein Passagier dann Corona das Virus mit an Bord gebracht hat, sodass man dann, als das Schiff dann weiterfuhr, plötzlich Probleme an Bord bekam, dass einige dann nämlich mit grippeähnlichen Symptomen von der Crew und Gäste zu tun hatten. und dann war man irgendwie so an der Westküste von Australien in der Nähe von Fremantle und dann war eben die Frage, okay, was machen wir jetzt mit diesen Gästen und der Crew? Und das Erstaunliche ist aus meiner Sicht, wo man heutzutage vielfach hört, dass Schiffe nicht anlegen dürfen mit Kranken, die haben es tatsächlich geschafft, dann da anzulegen. Ja, wobei da schon auch ziemlich hohe Wellen geschlagen sind vorher. Also der Premierminister von Western Australien, der hat ja sogar mit der australischen Navy gedroht und gesagt, wenn die Schiffe nicht freiwillig abhauen, dann vertreiben wir sie. Da war die MSC Magnifica gemeint vor allem und die Athania von Sieborn war, glaube ich, auch noch ein Schiff im Hafen, die einfach keine Kreuzfahrtschiffe mehr haben wollten um jeden Preis, weil eine Woche oder zwei Wochen vorher ja in Sydney vor allem mit der Ruby Princess, die dort lag, ja, das war richtig skandalös, glaube ich, was da passiert ist, weil einfach die Behörden massenhaft Passagiere an Land gelassen haben, obwohl klar war, dass auf der Ruby Princess zumindest grippeähnliche Symptome bei vielen Passagieren waren. Später hat sich herausgestellt, es war natürlich Covid-19 und die Behörden haben dort halt die Leute einfach mehr oder weniger in die Stadt gelassen und das gilt als einer der wesentlichen Ansteckungsherde in Sydney. Und jetzt hat dann der Premierminister in Western Australien gesagt, bei uns passiert das auf keinen Fall und damit es auf keinen Fall passieren kann, schmeißen wir einfach alle raus und lassen keine rein. Das war schon ziemlich kriegerische Rhetorik, die er da aufgefahren hat. Umso bewundernswert und erstaunlicher finde ich es, dass Phoenix es geschafft hat, das mit der deutschen Botschaft da so zu regeln, dass letztendlich alle ausschiffen und nach Hause fliegen konnten, beziehungsweise es sind ja einige noch in Krankenhäusern in Perth in Behandlung eben, die infiziert waren und die restlichen Passagiere konnten nach Hause fliegen. Also das war, glaube ich, auch eine diplomatische Meisterleistung von, ja, wer auch immer da nur den Hauptanteil hatte, Phoenix, die deutsche Botschaft, wer auch immer, gegen jemanden, der die Leute mit der Navy vertreiben will, dann doch davon zu überzeugen, dass man vielleicht ein bisschen Menschlichkeit walten lässt und kranke Menschen an Land lässt und nicht, ja, man muss es so hart formulieren, im Extremfall in den Tod schickt, wenn man das Schiff in den indischen Ozean losschickt und sagt, nehmt euren Kranken mit und haut ab, dann kann das schon passieren, dass dabei Menschen sterben. Und Gott sei Dank musste es soweit nicht kommen, anders als auf der Zahndamm vor Südamerika, vor Peru, wo ja genau das passiert ist. Heute kam noch die Nachricht dann eines Todesfalles von einem Passagier der Atania, der dann im Krankenhaus gestorben ist. Ich will nochmal kurz erzählen, was man dort eigentlich gemacht hat. Also man hatte dann vier Condor-Flieger gechartert und diese vier haben dann eben Gäste und Crewmitglieder, teilweise einen Teil der Crew nach Hause gebracht. Das ging dann los am Sonntag. Da wurden dann die Gäste, die mussten dann mit Schutzmasken von Bord gehen und man hat die dann immer so in 20er-Gruppen in einen Bus gesteckt und dieser Bus ist dann direkt zum Flughafen gefahren. Ich denke mal, dass man direkt auch an den Flieger rangeflogen ist, weil es war nur erlaubt, rangefahren ist. Denn ich denke, es war nur erlaubt, Handgepäck mitzunehmen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Aktion gewesen. Ich habe zu dem einen oder anderen da noch Kontakt, der die Weltreise macht und ich habe mir dann sagen lassen, ja, dieser Flug, das ist jetzt nicht so die schöne Angelegenheit gewesen, denn diese Condor-Langstrecken-Flieger, das ist alles eine enge Angelegenheit und dann, wenn man von Perth nach Phuket und dann weiter nach Frankfurt fliegt, ja, das war schon nicht so ganz ohne. Aber ich habe dann von denen, die ich kenne, gehört, dass die dann am Montag angekommen sind und ja, dann erst mal natürlich jetzt unter Quarantäne sind. Zwei Wochen müssen die zu Hause bleiben. Ich glaube, im Moment ist jetzt noch die Frage, also wenn ich sage, gute Nachricht, ja, im Prinzip ja, aber ich glaube, es gestaltet sich jetzt nicht so ganz einfach für die Athanier, denn die liegt ja noch da, weil man sagt, okay, man hat noch Gäste, man hat noch Crewmitglieder in den Krankenhäusern und irgendwie wäre es ja auch ungünstig, bevor nicht alle anderen, die noch auf dem Schiff sind, jetzt auch so eine zweiwöchige Quarantäne durchlaufen. Es wäre ja ungünstig, wenn das Schiff jetzt schon wieder auslaufen würde, was nun da der Premier gerne möchte. Aber die Schiffsführung sagt natürlich so, nee, also wir würden jetzt eigentlich gerne erst nochmal hierbleiben. Also es scheint, trotz guter Nachricht, aber so ganz ausgestanden scheint das Ganze da noch nicht. Ja, ich meine, man sieht da, glaube ich, genau dasselbe wie an anderen Stellen auch. Ich beobachte das ja gerade recht intensiv. Da gibt es die selbe Eclipse in San Diego, die da noch liegt und Passagiere an Bord hat, die jetzt, also die meisten durften ja ausschiffen, aber einige eben nicht, weil die keine Einreiseberechtigung in den USA haben. Also Kubaner, sehr viel Südamerikaner ohne Visum, die dort nicht ausschiffen dürfen. Ganz schwierig, was man mit denen macht, weil ursprünglich sollte das Schiff nach Mexiko fahren. Die Mexikaner haben jetzt gesagt, nee, bleibt mal, wo ihr seid. In Amerika dürfen sie nicht aussteigen, nach Mexiko dürfen sie nicht fahren. Ganz schwieriges diplomatisches Terrain, vor allem wenn es dann noch um Kubaner an Bord geht, was die Sache nicht gerade einfacher macht in Amerika. Du hast in Sydney gerade gestern einen Riesenskandal in der Lokalpresse von P&O Cruises, die Pacific Explorer, die dort ihren Heimat, also sie fährt unter britischer Flagge, hat den offiziellen Heimathafen in London, aber faktisch hat sie ihren Heimathafen in Sydney. Das Schiff ist dort ganzjährig und fährt von dort aus. Und die Polizei von New South Wales hat das Schiff angewiesen abzuhauen. Also anders kann man das nicht formulieren. Raus aus unserem Hafen, was den CEO da unten von P&O Australia, den Präsident dann doch ziemlich aufgeregt hat. Er hat ein relativ emotionales Statement abgegeben und hat natürlich völliges Unverständnis geäußert, weil auf dem Schiff sind keine Passagiere. Auf dem Schiff ist noch Crew an Bord, komplett symptomfrei und Covid-19 frei. Und trotzdem schmeißt man das Schiff aus dem Hafen, was natürlich schon so ein bisschen absurd ist. Sie sind an anderer Stelle, eine Costa Deliciosa, eine MSC Magnifica, sind auf dem Weg nach Europa. Aber sehr präziser kann man das schon gar nicht formulieren, weil die haben im Moment noch keine Ahnung, wo sie eigentlich genau hin dürfen, wo sie genau ausschiffen dürfen. Selbst wenn sie dann irgendwo in den Hafen dürfen, ist noch längst nicht gesagt, dass sie in diesem Hafen dann alle Passagiere loswerden, sondern dürfen vielleicht in dem französischen Hafen nur die Franzosen aussteigen und im spanischen Hafen nur die Spanier. Und wenn man sich die Schiffe anschaut, die manchmal so 60, 70 verschiedene Nationen an Gästen an Bord haben, kann man sich in etwa vorstellen, wie schrecklich das sein kann, so ein Schiff von einem Hafen zum nächsten zu schicken, nur um jeweils ein paar Leute loszuwerden, die gerade da zu Hause sind. Also das sind so ganz, ganz irre Dinge, die da passieren, wo einem eigentlich nur noch die Kinnlade runterfällt, überhaupt nicht mehr verstehen kann, warum das so absurd gehandhabt hat, warum da nicht irgend so ein bisschen Menschlichkeit, so ein bisschen Vernunft dann auch einsetzt. Man sagt, gut, selbst wenn ich Angst habe, dann stecke ich die alle in Ganzkörperschutzanzüge, die dürfen sie erst im Flugzeug wieder ausziehen. Aber dann könnte man sowas, glaube ich, wesentlich humaner und vernünftiger lösen, als sich einfach nur hinzustellen und sagen, ihr dürft hier nicht rein. Und Menschlichkeit scheint auch zu fehlen, dem Gouverneur in Florida. Ja, das kann man nicht anders sagen, denn das war ja wirklich jetzt ein Gezerre, eben da um die Sanddam und die Rotterdam von Holland America Line, wo es immer hieß, nee, ihr habt da Kranke an Bord, auf der Sanddam waren ja auch schon vier gestorben. Und das war natürlich was, wo man dann so als Europäer, als Außenstehender irgendwie eigentlich nur fassungslos war. Und ich meine, selbst Trump hat dann irgendwann gesagt, so geht es nicht, so sinngemäß. Aber hat dann doch gedauert, bis sie dann anlegen durften. Ja, es schaut ja wirklich so aus, das sage ich ja ungern, aber in dem Fall hat Trump wohl was Gutes bewirkt. Es scheint wohl so zu sein, dass erst auf Eingreifen von Trump dann der Gouverneur auch eingelenkt hat und gesagt, okay, unter ganz strengen Auflagen. Auch dort ist es übrigens so, dass die Passagiere vom Schiff, ich glaube in 200er Gruppen, also es müssen dann irgendwie so jeweils vier Busse sein, direkt aufs Rollfeld vom Flughafen gefahren werden und direkt in die Maschine einsteigen. Das sind Charterflüge, die ja in den USA, Kanada, Frankfurt, London, glaube ich. Morgen ist noch einer nach London. Die Leute da ausgeflogen werden. Also es zeigt ja, es geht. Man kann es ja machen. Aber es ist offensichtlich ausreichender Druck, öffentlicher Druck auch nötig und vielleicht auch mal ein Eingreifen von dem Präsidenten, um letztendlich zur Vernunft zu kommen. Ja, weil du hast ja gesagt, auf der Zahndarm sind vier Leute gestorben. Einer davon, habe ich gelesen, hatte wohl nichts mit Corona zu tun. Aber die drei anderen und der CEO von Holland America Line, der Arnold Donald, hat ja in einem auch ziemlich dramatischen Video... Von der CEO von... Nee, du meinst jetzt den Präsidenten von Holland America, nicht Arnold Donald, sondern... Wie heißt der nochmal? Ja, 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 Orlando Ashford natürlich. Ah, ja, genau, Orlando Ashford, ja. Orlando Ashford. Er hat einen Blogpost geschrieben auf dem Blog von Holland America Line, in dem er ganz explizit schreibt, Uns wurden trotz mehrfacher dringender Bitten Rettungshubschrauberflüge an der... Es muss wahrscheinlich Peru gewesen sein. Rettungshubschrauberflüge verweigert, um schwerstkranke Menschen von dem Schiff auszufliegen, die letztendlich dann an Bord gestorben sind. Und da fällt mir eigentlich nichts mehr ein dazu. Also wie man aus extremem Nationalegoismus und weil man auch kein 0,003 Promille-Risiko eingehen will, lieber Menschen sterben lässt, als ihnen zu helfen. Das offenbart für mich gerade so ein bisschen ganz, ganz, ganz dreckiges Bild von manchen Ländern. Wobei wir dürfen jetzt selber auch nicht so allzu sehr mit Steinen werfen. Wir sind in Deutschland verhalten uns, glaube ich, ein bisschen besser. Aber die Rumzerrerei, bis wir jetzt mal an dem Punkt sind, wo wir möglicherweise Erntehelfer ins Land lassen, das war schon auch kompliziert. Wobei man natürlich schon sagen muss, es ist ein Unterschied, ob ich Menschenleben rette oder ob es um Erntehelfer geht. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht vergleichen. Aber natürlich schotten wir uns auch ab. Und die Frage ist halt, bis zu welchem Grad sollte man das tun und ab welchem Punkt muss die Menschlichkeit einfach überwiegen? Genau, ja. Also wirklich schwierige Lage dort auf den Schiffen. Was so ein Thema ist, neben den Reisen, die im Moment noch nicht beendet sind oder die sich nicht beenden lassen. In den letzten Tagen kamen dann auch immer mehr so Meldungen, wo man dann hörte, okay, es sind keine Passagiere zwar mehr an Bord, aber es gibt auch mittlerweile Corona-Fälle auf Schiffen, wo eben noch keine Passagiere oder keine mehr drauf sind. Also die Liste, ich weiß gar nicht, Celebrity Apex fällt mir ein. Also das Schiff, das eigentlich jetzt, ja, es wurde übergeben in einer virtuellen Zeremonie, irgendwie so ähnlich wie wir jetzt hier im Webcam. Da gibt es Fälle, ich habe gelesen, Oasis of the Seas und dann kommt man eigentlich fast gar nicht mehr hinterher, weil es jetzt eigentlich ständig solche Meldungen gibt. Ja, es sind ganz viele. Also ich sind, so nach meiner Zählung, was ich bis jetzt gefunden habe, wobei ich das nicht exzessiv recherchiert habe, sind es irgendwo zwölf, dreizehn, vierzehn Schiffe vielleicht, auf denen einzelne Corona-Fälle. Es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, die Schiffe repräsentieren einfach nur dasselbe, was an Land auch passiert. Die Seuche verbreitet sich einfach immer weiter und dann ist es auch nicht überraschend, dass es an Bord auch unter der Crew Fälle gibt. Ist schwierig. Also ich finde auch, dass das ganze Crew-Thema im Moment, ja, in den ganzen Medien eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Klar, wir haben ganz, ganz viele Sorgen und das ist eines davon. Um die Passagiere hat man sich fürchterlich gesorgt und aufgeregt. Aber die Crew, die jetzt wirklich zu, ja, Hunderttausenden, wenn man alle Kreuzfahrtschiffe betrachtet, zu Hunderttausenden auf Kreuzfahrtschiffen festsitzt und die ja auch nicht nach Hause fliegen dürfen, weil sie schon gar nicht von Bord gehen dürfen, so wie Passagiere ungern von Bord genommen werden, irgendwo in welchen beliebigen Ländern dieser Welt auch immer, dann es auch keine Flüge mehr gibt oder auch keine Flüge zu organisieren sind. Also die Crew steckt da eigentlich jetzt in noch einem viel größeren Dilemma als die Passagiere, die jetzt wieder zu Hause sind oder bald nach Hause können. Zum Teil sind die Verträge ja ausgelaufen. Das heißt, die sind stellenweise ohne Bezahlung. Immerhin kostenlos Ski. Sie wohnen inzwischen auch in den Passagierkabinen. Also grundsätzlich eine angenehme Umgebung. Aber was habe ich davon, wenn ich als Filipino in einer wunderbaren Balkonkabine auf der Oasis of the Seas sitze und meine Familie zu Hause auf den Philippinen mitten in einem Corona-Hotspot sitzt und ich nur gelegentlich ein bisschen kommunizieren kann und ansonsten eigentlich nach Hause zu meiner Familie will, auch keinen Vertrag mehr habe, kein Geld mehr kriegen, nur noch essen und trinken und schlafen darf. Das sind schon auch ganz, ganz dramatische Situationen. Und wenn dann noch die eigene Angst mit Corona dazukommt, weil an Bord der Virus vorgekommen ist, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig gerade vor, gerade für die Crew. Ja, natürlich, klar. Also ich meine, wenn wir uns hier Sorgen machen, muss man sagen, klar, was wird aus uns? Aber ganz ehrlich, die Crew-Mitglieder, das sind erstmal diejenigen, die aus ärmeren Ländern kommen und so, das sind natürlich die, wo wahrscheinlich die viel dramatischeren Schicksale dahinter stecken. Und wenn du sagst, ja, sie kommen nicht im Moment dann runter von den Schiffen, ich meine, da muss man sich mal überlegen, die arbeiten ja dann so, bei den Philippinen so neun Monate, ist glaube ich so gerne mal ein Standard. So und die wollen natürlich auch ihre Familie sehen und so und ja, dann bist du da auf dem Schiff und ja, wirklich mit einer für die unklaren Situation, weil die wissen nun mal nicht, ja, sind sie jetzt für drei Monate, dann am Ende im Urlaub wird es länger dauern oder ja, das ist für die natürlich auch, ja, eine sehr unschöne Geschichte. Also ja, aber du hast schon recht. Wir kriegen Kurzarbeit, also viele, wir zwei ja nicht, aber viele Leute bei uns kriegen Kurzarbeitergeld, 60, 67 Prozent ihres Gehalts. Für die Crew heißt es einfach nur, sie wissen nicht, ob sie in absehbarer Zeit überhaupt Geld verdienen. Genau. Das ist noch mal eine ganz, ganz viel härtere Nummer als ja, bei 60 Prozent Kurzarbeitergeld. zu sein. Genau. Und die Reedereien oder die großen Kreuzfahrtkonzerne, die sind jetzt im Grunde so hin und her gerissen. Auf der einen Seite will ich ja niemanden verprellen, wenn ich ja erstmal noch davon ausgehe, mein Geschäft wird sich erholen, es wird wieder alles gut und alle Schiffe werden wieder fahren, ich brauche Crew. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, komm, seht zu, sondern ich muss mich ja schon ein bisschen um die bemühen. Auf der anderen Seite stehen natürlich jetzt die Reedereien, die großen Konzerne unter massivem Kostendruck, Kostendruck, logischerweise, denn Neubuchungen kommen nicht und die ganze, oder Reisen werden abgesagt beziehungsweise Leute stornieren. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation, wo man dann denkt, okay, was können wir machen? Wir können eigentlich nur Crew runter, runter, runter. Da haben wir dann wenigstens etwas weniger Kosten, aber ja, die agieren natürlich auch. Zweischneidig. Ist auch zweischneidig. Ich meine, Karneval hat gerade, ich weiß nicht, ich glaube, es waren die Papiere bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr bis November, aber da sind ja immer Ausblicke auf die Zukunft und viele Informationen zusätzlich drin und die haben so ein bisschen vorgerechnet in dem Papier, dass wohl das Schiff so mehr oder weniger sofort wieder einsatzfähig, betriebsbereit zu halten, pro Schiff etwa zwei bis drei Millionen Dollar im Monat kostet, wenn man das Schiff auf Minimalkrew runterfährt, eine Million pro Schiff. Also wenn wir Karnevalkonzern nehmen, dann sind wir bei 104 Millionen, wenn man das mal so überschlagsmäßig macht bei 104 Schiffen. Da geht es schon um gewaltig viel Geld pro Monat und das Problem ist dann auf der anderen Seite auch wieder, fahre ich die Crew runter, spare ich zwar Geld, handelt mir aber zwei andere Probleme ein. Zum einen brauche ich zum Wiederhochfahren des Betriebs viele Wochen, das heißt, ich kann dann nicht mehr schnell sagen, okay, hoppla, die Sperren in Spanien und Italien und Frankreich sind aufgehoben, dann machen wir doch gleich mal wieder westliches Mittelmeer. Da bräuchte ich dann einfach viele Wochen, um die Schiffe wieder zum Laufen zu kriegen. Zum anderen ist dann eben auch die Frage, kriege ich die Crew eigentlich wieder zurückgeflogen? Noch nicht mal, weil die Crew nicht will. Ich glaube, da wird kein Mangel bestehen an Leuten, die dringend wieder arbeiten wollen, sondern sind die Länder, aus denen die Crew dann kommt, vielleicht zu dem Zeitpunkt Hotspots. Es gibt Reiseflug, weiß der Himmel, was für Beschränkungen. Auch die Rennerei hat ja natürlich Regeln, dass sie sagt, wir können niemanden beschäftigen oder auch keine Passagiere an Bord nehmen aus Ländern, wo gerade Covid-19 tobt. Das heißt, es ist auch, glaube ich, gar nicht mal so kleines Risiko, wenn ich die Schiffe wieder in Betrieb nehmen wollen würde, ich dann einfach die Crew nicht bekomme, weil die in Ländern festsitzt, aus denen sie nicht raus können, raus dürfen oder eben infiziert sind. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Spiel, mit dem die Rädereien da gerade zu kämpfen haben, mit dem Wissen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wann es weitergeht. Genau. Man muss eben immer bedenken, bei der Kreuzfahrt ist es so, dass ganz viele Räder ineinander greifen. Also das ist in vielen anderen Bereichen natürlich auch so, aber bei der Kreuzfahrt sind es nochmal, ich würde sagen, besonders viele Räder. Du bist auf die Destinationen angewiesen, du bist auf die Crew angewiesen, und du bist darauf angewiesen, dass die Logistik funktioniert, dass du immer Essen bekommst, dass du Treibstoff bekommst. Ja, es ist tatsächlich doch eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte und ja, gerade so komplexe Systeme, die sind natürlich dann schon am echtsten in so einer Lage. Also schwierige Geschichte. Ja, das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich die Passagierseite, die, ja, wenn die Kreuzfahrt abgesagt wird, natürlich wollen die ihr Geld zurück und das ist im Moment ja nicht nur in der Kreuzfahrt, in der ganzen Reisebranche, für ganz viele kann existenzbedrohend sein. Ich will da jetzt gar keine, gar keine Schwarzmalerei betreiben. Karneval, um wieder auf das Beispiel zu kommen, weil die einfach gerade Zahlen genannt haben, haben vorgerechnet, dass sie offensichtlich mindestens bis zum Ende dieses Geschäftsjahres, also bis November, ausreichend Liquidität haben, wenn man die, das jetzt mal hochrechnet, was im Moment bekannt ist, wenn es nicht noch schlimmer würde, wobei die Schiffe stehen ja still, also wie viel schlimmer könnte es noch werden, würden also die Liquidität mindestens bis November ausreichen. Alle großen Reedereien sind im Moment dabei, sich zusätzlich in Milliardendimensionen Kredite zu beschaffen. Karneval gibt neue Aktien aus und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel Spielraum für die großen Reedereien, sich finanziell liquide zu halten. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich eben um gewaltige Beträge, um viele, viele Milliarden Dollar oder viele, viele Milliarden Euro, die erst mal da sein müssen. Und wenn Passagiere sagen, ich will mein Geld zurück, dann sind es eben nicht die zweieinhalbtausend Euro für die Sieben-Nächte-Kreuzfahrt, die im Mai jetzt abgesagt wurde, sondern es ist eben diese Sieben-Nächte-Kreuzfahrt im Mai multipliziert mit mehreren Zehn oder Hunderttausend. Und das alles auf einmal. So viel Geld hat auch eine wirtschaftlich sensationell dastehendes Unternehmen. Nicht einfach auf dem Bankkonto. Es ist Geld, das ist verfügbar. Das kann man irgendwo herholen. Das kann man über Kreditaufnahme, durch Auflösung von Anlagen, was auch immer, beschaffen. Aber nicht mit dem Fingerschnipp. Heute ist abgesagt, morgen kann ich das Geld zurückerstatten. Insofern ist das auf der anderen Seite eine sehr, sehr schwierige Situation. Und Kunden sagen, ich will mein Geld. Ich will keinen Gutschein. Das ist ja gerade die schöne Diskussion, die irgendwie verrückt läuft und tobt gerade. Ich will mein Geld zurückhaben, auch weil ich bei dem Gutschein ja nie weiß, kriege ich das Geld überhaupt jemals. Weil wenn irgendwann ein Reiseunternehmen pleite geht, dann hilft mir der Gutschein dieses Reiseunternehmens auch nur sehr begrenzt weiter. Man muss natürlich sagen, diese EU-Pauschalreiserichtlinie, die ist ja so, dass sie extrem verbraucherfreundlich ist. Das ist ja aus Sicht des Urlaubers erstmal eine schöne Sache, wo es dann heißt, okay, wenn die Reise seitens des Veranstalters storniert wird, kriegst du innerhalb von zwei Wochen das Geld zurück. Nur diese Pauschalreiserichtlinie ist ja eben nicht so für so eine Pandemie gemacht, sondern das ist so für normale Zeiten. Man hat das letztlich nicht so zu Ende gedacht, weil man natürlich hoffte, dass so eine Phase niemals eintritt. Und das zieht natürlich wirklich viele Probleme nach sich. Wenn die Gäste wollen, verständlicherweise dann in so einer Situation natürlich das Geld dann zurückhaben, so was dann wiederum bedeutet, wenn noch ein Reisebüro eingeschaltet war, die verlieren in dem Moment ihre Provision und das ist dann irgendwie so eine, ich sag mal, Abwärtsspirale. Also die Reedereien bekommen massive Liquiditätsprobleme, die Reisebüros und ich weiß es von den großen Reisebüros, die Online-Reisebüros, kreuzfahrten.de, Dreamlines, e-heu, natürlich sind die im Moment auf Kurzarbeit und natürlich ist es im Moment so, wo die früher sieben Tage die Woche bis 22 Uhr da sind, im Moment sind die, hab's gerade mir gestern mal angeguckt, ja vielleicht so acht Stunden am Tag und das Montag bis Freitag nur da, um wirklich so nur noch so einen Basisservice zu bieten und weil das ist natürlich extrem unbefriedigend, wenn du dann auch so die ganze Arbeit durch die Stornierung hast und du verlierst am Ende da das Geld. Deswegen ist es jetzt nicht so, ja schrecklich, ja. Also ich habe ja auch Kontakt zu kleineren Reisebüros und die sagen ja auch, wir haben im Januar bis Februar, März ist eigentlich so unser Hauptgeschäft, manchmal, manche machen da 40% ihres Jahresumsatzes mit der ganzen Geschichte und die haben also sich die Provisionen hart erarbeitet, Januar, Februar, Anfang März, viel Arbeit gehabt damit, jetzt werden die Provisionen zurückgebucht von den Rädereien für die ganzen abgesackten, das heißt, die haben das Geld, was sie schon verdient haben, müssen sie wieder abgeben, haben aber gleichzeitig nochmal extra ganz viel Arbeit damit, dass das stattfindet und das ist schon echt richtig, richtig schwierig. Ja, also es ist... Also für viele einfach existenzbedrohend, muss man so sagen. Ja, natürlich, na klar, na klar. Deswegen ist es jetzt nicht so überraschend, dass es dann eine Initiative gegeben hat, unter anderem vom Deutschen Reiseverband, wo dann ja die Message war, wer das Reisen liebt, der schiebt. Ja, also man möge doch bitte nicht stornieren, sondern die Reise verschieben. Aber darüber hinaus zeichnet sich jetzt auch ab eine neue, mögliche neue Gesetzeslage, die da nämlich vorsieht, man soll nicht mehr das Geld zurückbekommen, sondern, und das ist was, was der Bundestag in dieser Woche, wo schon drüber debattiert wurde, wo man jetzt aber gucken muss, inwieweit ist das mit EU-Recht kompatibel, man soll dann einen Gutschein zurückbekommen, es sei denn, man hat zwingende Gründe, dass man das Bargeld braucht, weil man nun, ist ja nun auch irgendwo vorstellbar, dass man jetzt durch diese Situation auch Probleme bekommt als Privatmensch. Also man soll dann einen Gutschein bekommen, der soll gelten bis Ende 2021. Und was ich dann interessant fand, wenn man ihn dann aber bis dann nicht eingelöst hat, weil jeder kennt das vielleicht, Gutscheine sind ja eher, ich finde Gutscheine immer so ein bisschen lästig, weil möglicherweise verfällt er irgendwann, aber der soll dann wieder übergehen in Bargeld, Ende 2021. Also das Ganze ist, irgendjemand Verbraucherschützer haben dann wiederum gesagt, das Ganze wäre ein Zwangskredit für die Reisebranche. Ja, ist durchaus nachvollziehbar, dieser Begriff, weil es hat ja so Charakter eines Kredites. Also du würdest das Geld wiederbekommen, aber nicht vor 2022. Ja, darauf läuft es raus. Ich meine, ich finde diese ganze Lage bei der Diskussion im Moment auch sehr undurchsichtig, weil im Moment ist es ein Beschluss, des Corona-Kabinetts oder Krisenkabinetts, was ja eigentlich nur eine Aufforderung an die EU-Kommission ist, sich darum zu kümmern, dass man so ein Gesetz irgendwann mal machen kann. Sprich, sie sollen die Auslegungsrichtlinien oder was auch immer, die Erwägungsgründe für die Pauschalreiserichtlinie konkretisieren. Das heißt, es ist im Moment ja noch nicht beschlossen. Das ist was, was die Bundesregierung sagt, so würden wir es gerne machen. Übrigens, was ich sehr seltsam an dem Vorschlag finde, ist, bei Pauschalreisen sollen diese Gutscheine durch Staatsgarantien oder durch Versicherungen gegen Insolvenz abgesichert sein. Bei Flügen nicht. Das heißt, auch Airlines sollen ja berechtigt sein, Gutscheine auszustellen. Da fehlt aber komischerweise der Absatz, dass diese Gutscheine dann irgendwie gegen Insolvenz versichert werden sollen. Und ich finde, dass in der Airline-Industrie, wenn es mal vielleicht von Luchthansa abgehen, die werden nicht pleite gehen, aber wer weiß, in diesen Zeiten wäre ich mir nicht mal da so sicher. Da habe ich dann den Gutschein von irgendeiner, ich weiß nicht, ich muss jetzt keinen Namen nennen, von irgendeiner Airline. Und der ist dann noch nicht mal gegen Insolvenz abgesichert. Das ist Geld, das ich für einen Flug bezahlt habe, den ich nie bekommen habe. Finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Und insofern muss man jetzt einfach auch mal abwarten, wie die EU reagiert drauf. Die entsprechende Kommissarin, die für die Flüge zuständig ist, hat ja schon gesagt, sie will eigentlich keine solche Zwangsgutscheine haben. Also da wird noch Diskussionsbedarf bestehen. Du hast gesagt, die Verbraucherschützer gehen gerade so ein bisschen auf die Barrikaden dagegen. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auf der anderen Seite bräuchte man sehr schnell eigentlich eine Entscheidung da, damit nicht die Insolvenzen den Beschluss schon überholen, bevor er überhaupt gefasst werden kann. Ich finde es schwierig, jetzt dem normalen Kreuzfahrtkunden da eine eindeutige Empfehlung zu geben. So nach dem Motto, wenn der Veranstalter storniert, sieh zu, dass du so schnell wie möglich das Geld wieder bekommst. Wo man ja auch weiß, okay, wenn das alle machen, wird das ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, will man jetzt wirklich in diesen Zeiten jetzt ernsthaft den Leuten empfehlen, einfach nur umzubuchen? Was meinst du? Ja, es ist echt schwierig. Ich meine, die kommt ja auch darauf an, was jetzt für Regeln tatsächlich kommen. Aber im Moment würde ich beinahe sagen, vielleicht ist die Umbuchung erstmal die geschicktere Variante. Viele haben ja so das Angebot, du kannst jetzt umbuchen und den neuen Termin, je nachdem wann der ist, kannst du vielleicht sogar dann nochmal kostenfrei umbuchen. Das heißt, wenn ich jetzt umbuche, habe ich ja erstmal eine neue Reisebuchung. Für diese neue Reisebuchung bekomme ich eine Insolvenzabsicherung, einen Sicherungsschein und das ist nach aktuellem Stand, nach im Moment Stand, vielleicht im Hinblick auf die Insolvenzen, die sicherere Variante, wobei ganz sicher ist es auch nicht, haben wir bei Thomas Kuch letztes Jahr gemerkt, wenn das Unternehmen, was insolvent geht, groß genug ist und der Schaden, die 110 Millionen überschreitet, dann sagt die Versicherung, Edge unterversichert wird zahlen auch nicht. Das ist also auch noch so eine Option. Vielleicht hängt es dann auch so ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, bei dem ich gebucht habe. Je größer das Unternehmen, desto höher ist möglicherweise das Risiko, dass bei, falls denn eine Insolvenz eintreten sollte, vielleicht die Versicherung nicht ausreicht. Andererseits ist vielleicht gerade bei den ganzen Großen wiederum die Sorge, dass sie pleite gehen können, etwas geringer. Es ist so ganz, ganz schwierige Situation, weil ich einfach auch nicht so recht weiß, was soll ich meinen Lesern, die mir jeden Tag, kriege ich E-Mails und Kommentare zu genau diesem Thema, was soll ich denn tun? Ich ganz ehrlich auch keine so richtige Antwort drauf habe. Man kann so ein bisschen abwägen und überlegen, im Einzelfall schauen, wie und was. Manchmal kann man auch sagen, komm, warte einfach noch ein bisschen, wenn deine Reise noch nicht storniert ist, steuere jetzt nicht selber, sondern warte einfach noch, die Absage kommt schon noch. Aber am Ende kann man nur versuchen, so ein bisschen für sich abzuwägen, Vor- und Nachteile rauszufiltern, auch zu überlegen, kann ich es vielleicht verschmerzen, wenn das Geld weg ist? Das kommt ja sehr auf die persönliche Situation auch an. So pauschal fällt mir eigentlich nicht ein, was man den Leuten wirklich raten sollte konkret. Schwierige Lage. Was natürlich im Moment so ist, die Redereien sagen immer nur so Salami-Scheibchenweise ab, ist irgendwie auch klar. Also wenn man mal guckt, so das Weiteste ist, glaube ich, spielt jetzt hier in Deutschland nicht so die Rolle. Viking, die haben abgesagt bis Ende Juni. Dann, wie heißt Richard Branson? Virgin, Virgin Voyages. Die starten sowieso erst Ende Juli. Und so weit ist man jetzt in Deutschland nicht. In dieser Woche hat man sich weitgehend dann doch bis in den Mai vorgearbeitet mit Absagen. Ja, das ist so der Standard international auch, so ungefähr Mitte Mai. Ja, genau, genau. Aber es ist natürlich so, dass man gerne, vielfach sind ja immer noch Restzahlungen fällig. Wenn man jetzt so weitgehend schon absagen würde, würde man die Restzahlung nicht mehr bekommen. So sichert man sich dann für manche Reisen noch die Restzahlung und wo dann auch viele auch sagen, so nach dem Motto, ihr glaubt doch nicht, dass eure Reise da stattfindet und so. Also ich habe da schon wütende Kommentare gelesen von Leuten, die dann jetzt ihre Kreditkartenfirmen anweisen, da das wieder zurückzubuchen und so. Ja, aber es ist auch eine heikle Geschichte. Weil du verstößt gegen die Regeln, die du mit deiner Kreditkartengesellschaft unterschrieben hast. Im dümmsten Fall kündigen dir den Kreditkartenvertrag. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Aktion, diese Zurückbucherei. Es gibt ja erstmal einen gültigen Reisevertrag und der verpflichtet mich und den habe ich unterschrieben. Und da steht drin, ich muss am 24.04.4.4.4.4. Euro zahlen. Mit welchem Recht verweigere ich denn diese Zahlung? Es ist ein gültiger Vertrag. Wie du sagst, man kann den Reedereien zum Teil unterstellen, sie würden genauer mit der Absage bis einen Tag nach Restzahlung warten, damit sie das Geld auch noch kriegen und hinterher nur als Gutschein ausstellen müssen. Ich tue mich schwer, diese Behauptung wirklich aufzustellen und zu sagen, da ist Absicht dahinter, das ist Systematik. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es der eine oder andere unterschwellig so machen. Ich würde das gar nicht bestreiten wollen, und glaube aber, dass bei den Mehrzahlen wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation ist. Aber ich weiß es schlicht und einfach nicht. Da kann man nur ins Blaue rein spekulieren. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass natürlich zum einen will ich mir die Möglichkeit offen halten, vielleicht gibt es doch irgendwie eine Chance, dass es bald wieder losgeht, obwohl das natürlich, glaube ich, jeder weiß, dass wir jetzt Mitte Mai nicht wieder losfahren werden. Zum anderen hat es auch viel damit zu tun, dass natürlich all diese Kreuzfahrer, die müssen ja abgewickelt werden. Ich muss ja Zehntausende von Passagieren im Zweifel ans Telefon holen, mit ihnen besprechen, ob sie nicht vielleicht doch umbuchen, auf was sie umbuchen. Ich muss ein bisschen beraten, welche Reise, welches Schiff. Da muss ja eine ganz normale Verkaufsberatung stattfinden. Und wenn ich da zu viele Reisen auf einmal absage, ja, dann geht das Callcenter endgültig vollkommen im Chaos. Ja, klar. Insofern ist sicher auch aus dem Aspekt heraus diese scheibchenweise Absagen vernünftig, weil ich dann zumindest halbwegs geordnet die Abwicklung hinkriege, als wenn ich für drei Monate am Stück absage und einfach alles komplett zusammenbricht, weil das alles gleichzeitig dann einfach auch nicht zu schaffen ist. Ja, genau. Weil die Strukturen, die man dort hat bei den Veranstaltern, die sind eben auch nicht so, dass man diese Massen dann leicht abarbeiten kann. Ja, nun gibt es ja in dieser Kreuzfahrtwelt logischerweise nicht nur uns beide, die sich da dann und wann äußern, sondern man hört natürlich in diesen Zeiten auch viele, viele, viele andere Menschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so Mensch, es wäre ja nochmal interessant zu gucken, wer hat denn jetzt so in der letzten Woche was gesagt? Da gibt es teilweise ganz interessante Thesen und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Chefin einer deutschen Reederei. Es war bislang so, dass sich das Top-Management der Anbieter bislang wenig bis gar nicht geäußert hat, aber diese Woche Wiebke Meier, CEO von TUI Cruises, ging dann in einem Interview mit der FVW, Magazin für Reisebüros, ja, ging in die Offensive, ist ein bisschen übertrieben, aber sie hat sich zumindest geäußert und da habe ich ihr ein interessantes Zitat mal rausgesucht. Wenn unsere Kunden die Reiseart Kreuzfahrt in Frage stellten, würde jetzt deutlich mehr storniert, insbesondere langfristige Reisen, das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben Neubuchungen für Herbst und Winter und sogar für Frühjahr 2021 und das trotz reduzierter Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Ein grundsätzliches Problem mit dem Vertrauen der Kunden oder dem Image der Reiseart Kreuzfahrt deutet sich nicht an. Ja, muss sie wahrscheinlich so sagen. Ich halte es für ein bisschen für Wunschdenken. Es ist sicher nicht ganz abwegig. Ich glaube auch nicht, dass die Kreuzfahrt völlig hinten runterkippen wird bei den Wünschen, wo die Leute ihren Urlaub machen wollen, weil die Kreuzfahrt wird auch danach eine sehr, sehr attraktive Art von Urlaub sein. Aber ganz so optimistisch bin ich da ehrlich gesagt nicht und wenn ich leider immer wieder auf Karneval zurückkomme, weil die einfach in ihrem Börsenpapier da sehr, sehr konkretes, ja, sich aus gesetzlicher Pflicht heraus äußern mussten. Und da steht schon, das muss man sich auch unter dem Aspekt sehen, was das für ein Papier ist. Da geht es darum, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern als Unternehmen, wenn Aktieninhaber später sagen würden, ihr habt aber damals gesagt, das geht alles gut und jetzt ist es doch den Bach runter. Also solche Börsenpapiere sind immer grundsätzlich, haben einen pessimistischeren Ton, als es vielleicht der Realität entspricht, einfach nur um sich abzusichern, dass man sich hinterher nicht vorhalten muss. Man hätte schön geredet. Aber da steht schon relativ deutlich drin, dass man annimmt, dass allein schon durch die Rezession, die weltweite, die gerade entsteht durch Covid-19, die Nachfrage nach Reisen insgesamt, damit nach Kreuzfahrten abnehmen wird und das natürlich auch durch vielleicht so ein bisschen in Amerika stärker hochgekocht als bei uns durch die Diamond Princess in Yokohama, das ist ja in den amerikanischen Presse rauf und runter genudelt worden, bei uns längst nicht so intensiv, das Image auch so ein bisschen gelitten hat, der Kreuzfahrt unter der ganzen Geschichte und da rechnet Karneval schon damit, dass es nicht von heute auf morgen die Begeisterung sofort wieder da sein wird, sondern dass da harte Arbeit nötig ist, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Also die Wahrheit ist da glaube ich irgendwo in der Mitte. Es gibt ja ein geplantes Wachstum durch Schiffsneubauten, mindestens jetzt noch 5, 6, 7 Jahre, man wird gucken, ob da die Bestellungen so bestehen bleiben, ist im Moment auch nur ja Glaskugelleserei, kann man im Grunde nicht sagen, aber dieses Wachstum basiert ja immer auch darauf, auf der Annahme, man würde es schaffen, wirklich Neukunden für die Gattung Kreuzfahrt zu gewinnen. Das ist in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut gelungen und man hat natürlich auf dem deutschen Markt dann immer geschaut, so wie ist so der Anteil der Kreuzfahrer auf dem amerikanischen Markt und hat dann immer gedacht so okay, ah das wird irgendwann sich dann auch mal annähern und so, aber das ist natürlich ja alles unter Normalbedingungen sag ich mal überlegt worden und nicht unter dem Einfluss so einer Pandemie. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir da so unsinnig, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich mich zurückerinnere an Costa Concordia, gut ist es mit Covid-19 nicht vergleichbar, eine ganz andere Situation, aber es war auch eine schwere Krise in der Kreuzfahrt, wo man auch gesagt hat, oh Gott, wird sich die Kreuzfahrt davon erholen, werden nicht die Leute aus lauter Angst einfach Kreuzfahrt jahrelang meiden, das hat nicht allzu lange gedauert, bis die Leute wieder angefangen haben, Kreuzfahrten in ganz normalen Stil zu buchen, das Wachstum ist ungebremst weitergegangen, das war so eine kurze Delle, ich habe immer so das Gefühl, die Leute vergessen auch recht schnell, wenn ein Normalbetrieb wieder einsetzt, gerät es schnell in den Hinterkopf, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil auch nächstes Mal genauso sein könnte. Sagen wir mal so, dieses Mal ist die Situation insofern eine andere, dadurch, dass wir, ich sage mal so, alle in irgendeiner Form leiden, also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber dadurch, dass wir uns ja im Moment so einschränken, ist so dieses Thema bei uns natürlich sehr präsent und bei Costa Concordia ist es so gewesen, ja, das war so, wegen, ein Kapitän war quasi Schuld an diesem ganzen Drama, also so ist das eigentlich ja so am Ende rübergekommen, so nach dem Motto, wäre der Scettino nicht gewesen, wäre alles in Ordnung gewesen und jetzt ist es so, dass man so das Gefühl hat, okay, diese Corona-Krise ist schon, ja, verändert doch unser Leben zumindest jetzt erst mal so sehr stark und wenn man da eben guckt, was hat jetzt die Kreuzfahrt da so für eine Bedeutung, denn es war natürlich jetzt keine schöne Geschichte, dass nun neben diesem Fischmarkt, wo der Virus das erste Mal aufkam und der Region, dass nun ausgerechnet da die Diamond Princess quasi so der zweite Hotspot, wenn man so will, dann für Corona-Infektionen war und ja, das ist natürlich so die Frage, inwieweit ist das was, was die Leute dann vergessen und ja, es ist schwierig. Also ich glaube ja, dass die, die bisher Kreuzfahrt gemacht haben, dass sie sich davon nicht werden abschrecken lassen. Die große Frage ist wirklich das Neugeschäft, denke ich, Neukunden, ob die nicht einfach mal eine Weile eher, ich sage mal, den Wanderurlaub im Bayerischen Wald für eine Weile bevorzugen, bevor sie sich wieder weiter weg trauen. Ist auch schön. Natürlich ist es wunderschön, überhaupt keine Frage. Blöderweise sind ja keine Schiffe, hilft uns zwei nichts. Nee, 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 genau, genau. Aber ja, das könnte schon sein, dass sich vielleicht Urlaubsverhalten so ein bisschen verändert. Ja, Kaffeesatzleserei wissen wir nicht genau. Nee, genau. Aber weil du vorhin gesagt hast, ob neue Schiffe dann wieder kommen, das glaube ich, wird auch noch eine große Herausforderung für die Reedereien, weil das sind ja, das meiste davon sind ja feste Verträge. Da gibt es Vertragsstrafen, die die Reederei der Werft zahlen müsste, wenn sie die Schiffe nicht bauen lassen. Also ganz so einfach aus den Neubauaufträgen auszusteigen, ist ja auch gar nicht machbar. Zumal ja auch die Werftindustrie natürlich ja auch und die Regionen wie Papenburg und so, man rechnet da ja auch damit. Das ist ja, es hängt ja dann am Ende wieder alles zusammen. Du hast gerade gesagt, du glaubst, dass es so bei erfahrenen Kreuzfahrern jetzt nicht so, dass langfristig möglicherweise das große Thema wird. Ich habe hier von einem Zuschauer eine Meinung, Marcel-René Ader, der hat geschrieben, diese Urlaubsart wird es sehr schwer haben. Ich bin auf Umfragen gespannt, wer unter diesen Umständen ernsthaft bereit ist, eine Kreuzfahrt anzutreten. Nach über 100 Fahrten stellt sich nun echt ein Gefühl der Ernüchterung ein. Hotelurlaube sind in dieser Situation echt flexibler und besser, in die örtliche Gesundheitskatastrophenvorsorge eingebettet. Zudem werden gerade internationale Redereien in den nächsten Wochen durch die Lage in den USA arg gebeutelt. Was meint ihr, welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um überhaupt eine Art Kreuzfahrt wieder auf Fahrt zu bringen? Ja gut, jetzt sagt er, unter diesen Umständen. So, wenn man irgendwann Corona im Griff hat, sozusagen, sind die Umstände wieder anders. Aber interessant fand ich, dass er jetzt sagt, oh, man ist eigentlich in Hotels oder so besser aufgehoben, weil man hat ja immer, das war ja immer auch jahrelang eine Stärke der Kreuzfahrtindustrie, dass man gesagt hat, so Freunde, wir können immer dahin fahren, wo es sicher ist. Ja, das ist der Unterschied zu einem Hotel, das steht dann da nun mal in Tunesien und da kommt es eben nicht weg. Ja, aber das Schiff kannst du ja eigentlich immer dahin fahren, wo es sicher ist, weil man eben jetzt nicht, ja, dann auch wieder so den Fall so einer Pandemie dann irgendwie nicht so im Hinterkopf hatte. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung von Hotels an Land. Also ich meine, das ist das andere Extrem, aber wenn man sich so den Urlaubsretter Ralf Benke oder wer da so alles im Fernsehen unterwegs ist, anguckt, was die für Fälle ausgraben, bin mir nicht so sicher, ob das Hotel an Land immer so die bessere Lösung ist. Und war das irgendein Hotel auf den, was war das, Kanaren, glaube ich, wo die Leute dann einfach wegen der Covid-Infektion festgesessen sind? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt auf den Schiffen, da haben die Reedereien alles getan, um sich um ihre Leute zu kümmern. Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr, aber letztendlich hat sich jede Reederei sehr, sehr intensiv darum gekümmert, alles in den Griff zu kriegen, zu lösen, die Leute nach Hause zu bekommen, zu kommunizieren, all das eigentlich bei allen sehr, sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr gut gelaufen ist. Wenn ich in einem Hotel irgendwo auf der Welt einfach mal unter Quarantäne gestellt werde, da habe ich keinen Reiseleiter, da habe ich keine Kommunikation, da kümmert sich am Ende überhaupt niemand um mich. Da sitze ich einfach fest und ich bin mir nicht sicher, ob das so viel besser ist als Option. Ja, und es ist natürlich auch so, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, natürlich ist ja auch die Kreuzfahrt so erfolgreich in den vergangenen Jahren geworden, weil natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Aktivitäten, was ich machen kann, es ist natürlich dem Landurlaub eigentlich überlegen. Aber auch da, ja gut, das sieht natürlich so eine Pandemie-Situation eigentlich nicht vor. Gut, das Spannende wird, glaube ich, die Übergangsphase. Also wenn wir jetzt langsam wieder anfangen würden, gesetzt den Fall, wir wären an dem Punkt, dass wir die ersten Kreuzfahrten wieder starten könnten. Ich glaube, so die größte Frage, die die Rettereien da lösen müssen, ist, wie schaffe ich es, Vertrauen zu erzeugen, dass nicht quasi gleich bei der zweiten Reise wieder irgendeiner mit Covid irgendwo in der Ecke das Husten anfängt auf dem Schiff und ich dann wieder Shutdown-Quarantäne nirgendwo mehr einlaufen, all das Drama hinterherziehen habe. Also welche Maßnahmen sind da eigentlich denkbar? Was kann ich tun als Retterei, um halbwegs sicherzustellen, dass eben nicht genau das passiert? Ich starte mit Kreuzfahrt und eine Woche später haben wir wieder ein Diamond Princess-Problem irgendwo vielleicht dann in einem europäischen Hafen. Das, glaube ich, ist so die größte Herausforderung. Wie kriege ich die Hygiene, wie kriege ich die Regeln so hin, um genau das zu vermeiden? Das ist die Meldung. In dieser Neustartphase wieder. Genau, das ist die Meldung, die du für CruiseTrix.de hoffentlich niemals wirst schreiben müssen. Die will ich wirklich nicht, die Meldung. Also weil dann ist nach diesem ganzen... Da verzichte ich auf jeglichen Traffic, auf alles, was ich an Einnahmen habe. Bloß bitte diese Meldung nicht, dass es wieder losgeht. Das ist einfach, das wäre einfach schrecklich. Du hast einen Kommentar entdeckt von einem US-Kollegen, von Jason Leppert, der unter anderem einen YouTube-Kanal macht, Popular Cruising, heißt der. Ich habe diesen Kommentar mal übersetzt. Er sagt, ich gehe davon aus, dass sich die Branche definitiv erholen wird, aber dies wird das Ende des Megaschiffs bedeuten. Ich sehe Kommentare von vielen Leuten, die sich auf schwimmende Petrischalen mit Tausenden an Bord beziehen. Es gab bereits einen neuen Trend zu Schiffen, eher mit Hunderten. Ich denke, das muss weitergehen. So ein bisschen etwas Hölzern übersetzt. Aber ja, was er sagen will, gut, er sieht diesen Trend zu diesen großen Schiffen, Bruttoraumzahl, sagen wir mal, 180.000, wieder nun diese Serie des Karnevalkonzerns mit Aida Costa. Er meint, das Ganze könnte da zum Problem werden. Würdest du ihm zustimmen? Das ist so ein bisschen Zwiespielen. Ich habe ihm ja widersprochen auf den Kommentar und er hat dann geantwortet und da muss ich ihm dann wieder zustimmen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist so die sachliche Sichtweise. Aus der sachlichen Sichtweise heraus würde ich sagen, eigentlich Quatsch. Gucken wir nach Montevideo. Dort liegt die Greg Mortimer, 94 australische Passagiere, ein Covid-Fall an Bord. Die sind seit 22. März in ihren Kabinen auf Quarantäne und es gibt keinerlei Aussicht, dass die irgendwann in absehbarer Zeit mal nach Hause kommen. Bin ich wirklich auf einem 100-Passagiere-Schiff besser dran, wenn ich dann auf einem kleinen Schiff eingesperrt bin? Als wenn mir das auf einem 4-5-6.000-Passagiere-Schiff passiert, wo es viel mehr Möglichkeiten ein anständiges Hospital und so was an Bord gibt. Also sachlich würde ich sagen, eigentlich sollte man sich auf einem größeren Schiff in so einer Umgebung sogar vielleicht sicherer und wohler fühlen als auf einem ganz kleinen Schiff. Das, was er meint mit dem Kommentar, ist, glaube ich, eher so die Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass ja auch diese klassischen Kreuzfahrt-Vorurteile, das schwimmende Hochhaus, wie hässlich, wie grauenhaft, wie unvorstellbar schrecklich diese 6.000 Menschen auf so engem Raum. Das kennen wir ja beide. Genau, klar. Ich sage jetzt einfach mal schon vorsorgliche Gegammer von Leuten, die es einfach noch nicht erlebt und noch nicht gesehen haben, dass das eben überhaupt nicht so ist und dass ich in der New York City oder in London beim Städteurlaub, also vor Corona, viel, viel höhere menschendichte hat, als ich das jemals auf einem Kreuzfahrtschiff habe. Das ist, glaube ich, so dieses Spannungsfeld. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wo da eher der Schwerpunkt hingehen wird. Werden die Leute eher auf die sachlichen Argumente schauen oder werden sie sich von Vorurteilen wieder verrückt machen lassen? Ich sage mal so, die Megaschiffe, also gerade, wenn ich jetzt da nun vor allen Dingen mal Aida Nova denke oder Costa Smeralda, das verkauft sich natürlich vielfach, aber auch durch den Preis. Es sind natürlich, da sind natürlich Preise möglich, wo so klar ist, also zu einem gewissen Preis findest du immer Leute. Wenn du irgendwann sagst, so auch 199 die Woche Euro, wahrscheinlich gar kein Problem, da wirst du nicht Leute haben, die sich darüber Gedanken machen. Ich finde, man muss so ein bisschen gucken, was für mich so ein bisschen eine Frage ist, ist man vielleicht in der Vergangenheit eventuell einen Tick schon zu weit gegangen, was nun so Effizienz angeht? Hat man eventuell vielleicht doch zu viele Leute auf einem gewissen Raum gepackt, weil du weißt, deine Lieblingsschiffsklasse, die Oasis-Klasse von Royal Caribbean, das ist schon nochmal eine andere Nummer als das, was jetzt heute entsteht für den Karnevalkonzern, wo du wirklich die Oasis-Klasse großzügig und offen und so, das ist für mich so eine interessante Frage, weil man hat dann immer so gerade zum Beispiel, ja sagen wir es, bei Aida Nova, da hat man dann immer unter vorgehaltener Hand gehört, es hätte dort ständig Probleme gegeben mit Norovirum, weiß ich nicht, mit Magen-Darm-Geschichten so und ständig waren dann da Extraschichten der Crew notwendig, das heißt dann ja immer, glaube ich, Condition Red oder so, wenn es einen besonders großen Anteil gibt an Leuten, die dann deswegen beim Arzt waren und so, also das zeigt sich ja so und da frage ich mich, ob so dieses, ob man eventuell schon da einen Tick das vielleicht überspannter, dass man zu viele Leute auf zu wenig Raum und dann natürlich dieses Buffet-Konzept bei Aida, was natürlich viel auf Anfassen setzt, ja, ob das was ist, ja, was man da vielleicht hinterfragt künftig. Ja, klar, also da auch wäre ja, glaube ich, diese Teilung zwischen sachlichem und emotionalem Argument, sachlich, glaube ich, auch so völlig recht, emotional sind wir wieder beim Preis, den du vorhin angesprochen hast, wenn ich aber eben dieses, weiß ich nicht, willkürliche Zahl herausgegriffen, 100 Passagiere pro Einheit Schiff für 500 Euro kriege und das 20 Passagiere pro Einheit Schiff eben 2000 Euro kostet, dann werden die Leute halt trotzdem das vollgepackte Schiff für 500 Euro die Woche buchen, also die Mehrheit, die große Zahl und man darf ja auch nicht so arrogant sein, viele Leute können sich halt diese kleinen teuren Schiffe auch nicht leisten. Das ist halt einfach auch eine Frage, was kann ich mir leisten und nicht jeder kann eben den Malediven Fünf-Sterne-Urlaub machen, sondern muss eben vielleicht ein hübsches Hotel in Kreta nehmen, weil das das Maximum ist, was er sich leisten kann und dasselbe trifft in der Kreuzfahrt ja auch zu und deswegen gibt es diese vollgepackten optimierten Schiffe, weil ich dann einfach preislich günstiger sein kann. Insofern ist das immer so, ja, das ist so diese Waage, die da hin oder der Pendel, der da hin und her schwenkt zwischen eine Nummer zu viel, aber es ist trotzdem billig, bis wohin sind die Leute bereit zu gehen und vielleicht verändert die Corona-Krise gerade diesen Ausschlag des Pendels so ein bisschen in die andere Richtung, dass die Leute sagen, okay, vielleicht zahle ich lieber doch 600 Euro statt 500 Euro und habe da doch ein bisschen mehr Raum. Ganz genau, ja, also, ja, ich, vor allen Dingen das Ende der Megaschiffe ist natürlich so ein bisschen, ist natürlich insofern Quatsch, als man hat ja die Schiffe nun erst mal so, man wird die nicht abwracken oder sonst was machen, das natürlich nicht, also, das ist natürlich ein bisschen, was da ist, ist erst mal da, so, also, die Frage ist, wie viele neue man davon eben noch nachbaut, das wäre so das, was man in Frage stellen könnte mit den Kommentaren. Wobei man ja sieht, wenn man sich so ein bisschen so umschaut, der Trend ist ja jetzt nicht generell, dann immer größer, größer und auch nicht so in dieser, dass nun alle sagen, es muss jetzt so in dieser Größenordnung 180.000 Bruttoraumzahl sein, sondern, wenn man jetzt so sieht, so wie Anbieter, wie NCL zum Beispiel, da geht es eher wieder ein bisschen zurück jetzt demnächst, also, wenn das alles so stattfindet, wie nun geplant. Wir wollen nochmal, genau, und einen habe ich hier noch, Thomas Illes, ist ein Kollege aus der Schweiz, Kreuzfahrt-Analyst, nennt er sich, glaube ich, der hat auch ein spannendes Interview gegeben bei Travel News in der Schweiz mit ein paar wirklich interessanten Thesen. Er sagt, ja, man wird irgendwie auf neue Ideen auch kommen müssen in der Kreuzfahrtbranche, denn die Schwierigkeit ist ja, das ist ja eine Sache, die ja irgendwie nahe liegt, wenn ich nicht mehr in Häfen komme, weil die Länder sagen so, nee, zu uns könnt ihr nicht kommen, müsste man dann vielleicht künftig eher so, ja, Purreisen machen, also Cruises to nowhere, wo du meinetwegen in Hamburg ablegst, dann fährst du ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, entweder auf der Nordsee rum oder fährst einfach nur von Hamburg nach Kiel und du legst eigentlich nirgends an. Ja, es ist irgendwie was, was relativ naheliegend klingt, aber wahrscheinlich nicht mit so einem großen, also die Frage ist, ob du wirklich die Massen dazu bekommst, sowas zu machen. Und das ist dann, ja, es ist spannend, am interessantesten würde sowas bestimmt funktionieren mit den ganz großen Schiffen, also du hast ja die OS, das ist klar, das vorhin schon angesprochen oder auch eine MSCC-Side, mit einer Costa Diadema, selbst in der Größe noch, ja, auch eine Aida Nova, Aida Prima Perla, das sind so Schiffe, da kann ich mich an Bord selber ausreichend unterhalten für ein paar Tage, Spaß haben, Wasser rutschen, jeden Tag ein anderes, tolles Restaurant, Shows im Theater, irgendwelche kleineren Eventveranstaltungen, da kann ich mich, wie in einem Club an Land, kann ich mich völlig problemlos beschäftigen, ohne dass ich einen Landgang machen muss. Das könnte schon was sein, was vielleicht jetzt auch so für den Neueinstieg wieder interessant ist, wenn die Rednerin sagen, okay, wir wollen wieder fahren, aber mit den Häfen ist immer noch schwierig, ist alles ein bisschen zu riskant, ist nicht planbar, probieren wir es mal damit, aber wie du schon sagst, einerseits eignen sich am besten die großen Schiffe für sowas, auf der anderen Seite kriege ich dann auch wirklich 5000 Leute pro Woche zusammen in diesen Mengen, die sagen, jawohl, finde ich cool, ich mache eine Kreuzfahrt, die nirgendwo hingeht. Das ist das eine und das ist ein bisschen deutscher Markt, wenn man den amerikanischen Markt anschaut, kann man Cruise to Nowhere zumindest nach aktuellem Stand gesetzlich komplett vergessen, weil dort gibt es ja und der den Transport von Waren oder Passagieren von einem amerikanischen Hafen zum anderen Hafen verbietet, wenn ich nicht unter amerikanischer Flagge fahre, amerikanische Crew habe und das Schiff in Amerika gebaut ist, das ist das größte Problem, weil Amerika hat schlicht und einfach keine Werften und Kreuzfahrtschiffe zu bauen, größere. Das heißt, aus Amerika könnte ich im Moment solche Cruise to Nowhere überhaupt nicht veranstalten, weil schlicht und einfach gesetzlich verboten ist. Da könnte man vielleicht, wenn man Trump auf seiner Seite hat, mal versuchen, den Weg zu finden, diesen Passenger Service Act auszuhebeln oder auszusetzen, aber das haben schon viele versucht, auch viele mit großen Namen und haben es alle nicht geschafft. Also auch da sind so ein paar Händnisse und letztendlich, ja, ich glaube, vom Volumen her, so viele Leute wollen dann auch nicht nirgendwo fahren, weil Destination war schon immer das Hauptentscheidungskriterium, warum die Leute eine Kreuzfahrt gemacht haben und nicht, ich will auf ein Schiff, sondern die erste Entscheidung war immer, ich würde gerne Norwegen sehen, ui, am einfachsten geht das mit dem Schiff. Klar. Und nicht andersrum, ich will Schifffahren, ach, das fährt auch noch irgendwo hin, naja, okay, dann fahren wir da halt noch hin. Eher nicht. Ich glaube auch, und du machst dich natürlich auch angreifbar wieder, wenn du jetzt sagst so, du fährst einfach nur so durch die Gegend, einfach nur so, ohne irgendwie Ziel, das ist schon, wenn du das als Autofahrer machst, ist das eigentlich schon nicht, nicht sonderlich gerne gesehen und ich könnte mir vorstellen, natürlich ist es schön, mit einem Schiff, sagen wir mal, hier aus Hamburg rauszufahren, das gehört ja wirklich zu den wunderschönen Ausfahrten, aber so richtig, warum man einfach nur so auf dem Meer jetzt durch die Gegend fahren sollte, so richtig gut finde ich, so richtig gut lässt es sich nicht erklären, weil dann denkt man doch, kannst du doch gleich hier, machst du jetzt künftig hier, machst du Urlaub hier in Steinwerder, die Leute kommen da, gehen da aufs Schiff, bleiben dann da eine Woche und steigen da eine Woche. Vielleicht gibt es so ein Mittelmaß, man fährt schon aus Hamburg raus, geht dann irgendwo auf See vor Anker, wo es irgendwie gerade hübsch ist, wo gerade schönes Wetter ist und bleibt da eine Woche, aber ja, so ganz ohne Fahren und funktioniert ja auch letztendlich nur, wenn kein Seegang ist, weil in dem Moment, wo ein bisschen Seegang ist, sollte das Schiff sinnvollerweise fahren, damit ich stabilisieren kann, sonst werden die Leute dann, ja, seekrank und das ist jetzt die tollste Reise, Cruise to Seekrank, würde nicht viel bringen. Nutzung als Hotelschiffe regt Thomas Illis noch an. Gut, das ist natürlich auch eine Perspektive, wobei ich dann ehrlich gesagt nicht weiß, aber das ist wieder ein komplexes Thema wahrscheinlich für sich, inwieweit könnte ich denn diese ganzen Arbeitskräfte aus Billiglohnländern, sage ich mal, einsetzen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, dieses Schiff liegt jetzt dauerhaft in Hamburg. Im Grunde müsste... Keine Ahnung. Nee, das müsste ja, da müsste ja ähnliche Regelungen müssten gelten, wie für ein normales Hotel, also da gelten, was weiß ich, wieder Mindestlohn und es ist ja dann in dem Sinne auch... Da würden die, glaube ich, einen Weg finden, dann würden die eben, weiß nicht, alle zwei Wochen für zwei Stunden auf hohe See rausfahren, wieder zurückkommen, dann gilt es als fahrendes Schiff. Da könnte man wahrscheinlich als Räderei irgendwelche Tricks finden. Die Frage ist nur, würde das gesellschaftlich akzeptiert sein, solche Spielereien? Ja, auch wieder schwierig. Ich kann mich erinnern, früher war ja am Mississippi, waren ja einige Raddampfer unterwegs, die reine Casino-Schiffe waren, weil einfach sämtliche Bundesstaaten, die so um den Mississippi rumlagen, die haben am Ufer fest, also Casinos an Land verboten. Dann haben die der Casinos halt gesagt, dann machen wir das Ding halt auf ein Schiff und das Schiff fährt einmal am Tag eine Stunde raus oder sowas. Inzwischen sind die Gesetze gelockert. Jetzt gibt es Indianer zum Beispiel zur Bundesstadt, wo man ein Casino zwar weiterhin an Land nicht betreiben darf, aber über Wasser. Das heißt, sie haben dann Stelzen in den Fluss reingebaut, auf diese Stelzen das Casino draufgestellt. Dann ist es ja nicht an Land, sondern über dem Fluss und dann ist es erlaubt. Das sind Betreiber von Casinos, genau wie bei Rädereien, sind schon sehr, sehr kreativ, um Wege zu finden, sowas möglich zu machen. Aber die Frage ist halt auch, besteht der Bedarf eigentlich? Genau, ja, genau, klar. Also das würde man dann sehen. Ja, und noch ein Zitat von Thomas. Ob allerdings das starke Wachstum in den angestammten Geschäftsfeldern weiterhin so erfolgreich fortgesetzt werden können wird, wie bisher bleibt fraglich. Zudem dürfte die Zielgruppenbewirtschaftung künftig um einiges spezifischer und damit komplizierter und aufwendiger werden. Das finde ich tatsächlich, also gerade diesen zweiten Satz mit diesem schönen Wort Zielgruppenbewirtschaftung, das finde ich tatsächlich interessant, weil es ist ja im Moment so, dass sich die Kreuzfahrt ja so, das Produkt so verkauft, dass ich sage, okay, ich habe irgendwie ein Produkt, was für alle irgendwie gleich gut ist. So bei Klamotten würde man sagen, one size fits all, eine Größe für alle. So, aber er sagt natürlich so, also spezifischer und komplizierter und aufwendiger, dass man sich wahrscheinlich sehr viel stärker wird überlegen müssen, ja, für wen, was schaffe ich da vielleicht noch für neue Zielgruppen? Also das wird, glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Ja, das ist so ein ähnliches Argument wie das, was wir von Jason Leppard vorhin hatten. Der sagt, kleinere Schiffe. Ich glaube, wenn ich zielgruppenspezifischer, also für kleinere, speziellere Zielgruppenkreuzfahrten vermarkten will, muss ich automatisch auf kleinere Schiffe gehen, weil wenn ich die Zielgruppe verschmälere, dann ist es sehr schwierig, mit einer kleinen Zielgruppe ein riesengroßes Schiff jede Woche zu füllen. Das würde so in dieselbe Richtung gehen. Aber das hat ja auch in gewisser Weise schon vor Corona eingesetzt, dass die Rädereien sich stärker differenziert haben, ihre Zielgruppen präziser definiert haben. Celebrity Cruises hat sein Konzept komplett geändert, umgestellt, sehr viel mehr ja auf moderne, jüngere, wohlhabende, vielleicht, wenn man das so ganz pauschal formuliert. Also da sucht, hat sich auch vorher ja schon angefangen, jeder so ein bisschen seine mehr oder weniger große Nische zu suchen. Und vielleicht führt die Corona-Krise dazu, dass sich das danach noch intensiviert. Bin mir nicht sicher, ob da überhaupt ein großer Zusammenhang besteht. Aber das Interessante dabei ist sicher, dass nach der Krise jede Räderei sehr, sehr viel intensiver wie vorher sehen muss, wie geht es denn weiter und sie vielleicht weniger in diesem bisherigen Trott, wir haben sowieso unsere 10, 15 Prozent Wachstum pro Jahr, das läuft alles, stärker drum kämpfen müssen, dass es wieder läuft und dadurch vielleicht präzisere Konzepte entwickelt und die Kreuzfahrt sich noch stärker differenziert. Das wäre durchaus was Positives. Genau, denn natürlich ist die Kreuzfahrt, machen wir uns nichts vor, sehr erfolgsverwöhnt gewesen in den letzten Jahren. Also man hat dort teilweise natürlich auch manchmal bei gewissen Dingen sich auch nur so viel Mühe gegeben, wie man vielleicht gerade mal muss. so, weil man denkt, naja, es läuft ja sowieso, aber das ist natürlich unternehmerisch völlig nachvollziehbar. Würdest du dir mehr Mühe geben, hättest du mehr Nachfrage als du überhaupt befriedigen könntest, das macht eigentlich nur zusätzliche Arbeit und die Preise, dass man deswegen die Preise hochziehen kann, das hat sich auch herausgestellt, funktioniert trotz zu hoher Nachfrage nicht. Insofern lohnt sich es ja auch gar nicht mehr auf uns zu treiben als nötig, um die Schiffe voll zu kriegen. Genau, also insofern ist das, ja und dann sagt er noch, Attribute wie Vorhersehbarkeit, Zuverlässigkeit und Planungssicherheit waren bislang Attribute der Kreuzfahrtindustrie, die nun auf einmal in Frage gestellt zu sein scheinen. Ja gut, das finde ich unstrittig, da hat er natürlich recht, ja, es ist einfach was, ja, das war eben auch schwer vorhersehbar. Insofern. Ja, muss man sich halt wieder erarbeiten und die Vorteile entfallen ja nicht plötzlich, sie sind ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber letztendlich werden das auch in Zukunft Vorteile der Kreuzfahrt sein und bleiben. Auf der anderen Seite kann man sagen, also ich weiß nicht, ob es zynisch ist, aber wenn man sagt, es war fast nie so spannend wie heute, ja. Also wenn man mal überlegt, was jetzt gerade passiert, ich meine gut, es ist natürlich, ja, natürlich mit, mit vielen Leidtragenden und so in dieser Branche, aber ich denke, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, was passiert eben, bis die Schiffe wieder fahren und deswegen, ja, war es schön, dass wir heute gesprochen haben. Franz, mal was ganz anderes, auch mal für mich. Ihr könnt ja mal zu Hause, könnt ja mal sagen, wie ihr das so fandet, dass es eben mal was ganz anderes war, ob wir das vielleicht nochmal wieder machen sollen, weil wir machen ja letztlich nur das, was ihr wollt und ja, Franz, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch. Ich meine, auch bei mir, wir sind gerade morgen zusammen mit Jerome am überlegen, ob wir, ob wir den Audio-Part von dem, was wir gerade gemacht haben, auch in unseren Podcast mit einbinden oder wenn wir sowas wiederholen, das dann tun. Auch da freue ich mich natürlich sehr, sehr auf, auf und über Feedback, wie das ankommt, wie das funktioniert, ob unsere Hörer, ob ihr das wollt, ob euch das gefällt so sicher nicht als Ersatz für den Podcast, sondern zusätzlich, das muss man ganz deutlich betonen, das ist ein anderes Format und wir werden nicht das eine oder das andere ersetzen. Ja, ich bin da, ich bin da sehr neugierig, bin sehr gespannt, ob das, was wir gerade so getan haben, ob das nicht nur uns Spaß gemacht hat, sondern auch anderen. Genau, also in diesem Sinne, also schreibt es gerne in die Kommentare und ja, Franz, danke dir nochmal und dann bis ganz bald. Tschüss. Danke dir, bleib gesund. Ciao.